Halt, nicht schießen! Kontakt, ein Soldat. Auf die Plätze. Gut, der KM-Shoppen hat nichts gemerkt. Jetzt ist er dran. Was macht er da? Cool, check das mit der Thermaloptik. Okay, weiter. Vorsichtig. Irgendwelche Informationen, wie sicher dieses Radar ist? Nicht genug. Das Ding blockiert ziemlich effektiv unsere Sicht. Deshalb müssen wir es ausschalten. Ansonsten wird unsere Exfil zur Operation Shitstorm. Ich höre etwas. Unten bleiben. Rechte Seite. Sieht aus, als ob die alleine sind. Los, beide gleichzeitig. Der rechte ist meiner. Auf die Plätze. Drei, zwei... Halt! Verdammt, das war genau. Zu viele, wir müssen ausweichen. Bewegen, wenn ich es sage, aber Kopf unten lassen. Folge mir. Wobei ich es nicht. Ich muss nur immer mit dir, wenn ich sie mich reißen habe. Wenn ich wiederhole hörest. Ich habe es das Gefühl. Das sahne. Es war, glaube ich. Das war, glaube ich. Aber nicht. Auch das war. Aber nicht. Aber nicht. Sie kommen hierher. Stillbleiben. Habt ihr das gehört? Von welchem Amerikaner reden die? Okay, weiter. Vorsichtig. Ein Motor. Unter. Lass sie vorbei. Andersen, folge mir. Unten bleiben. Nimm den nächsten oder lass den anderen für mich. Mal sehen. Mehrere hinter dem zentralen Geländestreifen. Das müssen wir ganz vorsichtig angehen. In Bereitschaft bleiben. Ich sage an, was läuft. Bereits. Vorsicht. Ziel nähert sich in unsere Richtung. Nehmt den Abbruch. Boot in unserem Sichtfeld. Nicht schießen. Verdammter Scheiße. Ja, ich weiß. Abwarten und Tee trinken. Was ist passiert? Warum hast du hier остановiert? Mist. Das war knapp. Boot ist aus dem Weg. Ballere seinen Hirn weg, bevor er zurückkommt. Okay, der Knabe auf dem Anlieger ist allein. Feuer frei. Nein, verdammt. Gute Arbeit. Weiter jetzt. Razer 3-1 gibt mir einen Lagebericht. Razer 3-1. Wenig Widerstand am westlichen Ufer. Unsere ungefähre Ankunftszeit am Treffpunkt ist planmäßig. Over. Verstanden, 3-1. Immer mit der Ruhe, Keller. Hurra. Unten bleiben. Halt. An den beiden auf dem Vorsprung kommen wir nicht unbemerkt vorbei. Nimm den rechten ins Visier. Ich nehme den linken. An den beiden auf dem Vorsprung kommen. Folge mir. Feuer einstellen. Abwarten. Unter dem Steg. Unter dem Steg. Nicht eingreifen. Okay, weiter. Vorsichtig. Nach links. Nach links. Das ist gut. Das ist gut. Ich habe nicht geblieben. Ich habe nicht geblieben. Aber was ist passiert? Okay, weiter. Vorsichtig. Du hast mich geblieben. Dmitri. Ich habe ihn schon zwei Tage die Zeit zurückgebracht. Dmitri. 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 Feind geradeaus. Schalt ihn leise aus. Dmitri. Float sein. Dmitri. Puh. Dmitri. Dmitri. D sports. Dmitri. Nimm unter dem sharpenen. Verdammt, was ist das? Ziviles Sportflugzeug, alte Bauart. Sieht instabil aus. Kriegen wir das in Gang? Wir haben keine Wahl. Das Ding versperrt uns die Sicht. Nach dir. Oh, Scheiße! Wir bringen das schnell zu Ende und hauen ab. Lasst uns mal schauen. Erstmal nicht schießen. Das wird nicht einfach werden. Das ist es nie. Nicht zur rechten Campseite. Die Position im Wasser ist zu offen. Da werden wir in Fetzen gerissen. Links ist deutlich besser. Wenn wir unsere Karten richtig ausspielen, können wir sie dezimieren. Schieß auf mein Kommando. Wir müssen hier ganz präzise vorgehen. Teil aus. Immer der Reihe nach. Checkt die beiden auf der Sandbank, die das Boot reparieren. Zuerst den, der den Motor repariert. Jetzt den zweiten anvisieren. Scharfschütze im höchsten Haus. Er ist Priorität Nummer eins. Schau nach links. Unser Mann umkreist das Gebäude wie ein Geier. Warte, bis er hinter der linken Mauer untertaucht. Zwei Soldaten hängen im Haus herum. Siehst du sie? Ich sehe sie. Schieß auf das Funkgerät rechts vom Haus. Das lenkt sie ab. Jetzt aber los. Jetzt den zweiten anvisieren. Abschuss bestätigt. Ich glaube, wir sind dir nicht mehr erwünscht. Verhandener Scheiße, halt dich irgendwo fest. Verhandener Scheiße, halt dich irgendwo fest. Verhandener Scheiße. Bis dann.